Hallo und herzlich Willkommen hier bei Antimal Oracle Work. Ich bin die Kante und ich möchte heute mit euch eine kleine Zeitreise machen. Und zwar habe ich über eBay diesen wunderbaren Kasten erworben. Wunderbar in dem Sinne, weil hier halt Tiere drin sind mit Funddaten und Namen von 1920 bis 1945. Also mit sehr 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 alten Exemplaren, was natürlich nicht so schön ist, was man natürlich auch gleich sehen kann. Der Kasten ist in absolut keinem perfekten Zustand mehr und dementsprechend die Insekten, die da drin sind, hauptsächlich Rüsselkäfer, auch nicht mehr. Ich habe jetzt extra Gummihandschuhe angezogen. Ich habe den Kasten auch noch nicht aufgemacht. Er kam heute per Post und ich wollte euch jetzt einfach mal daran teilhaben lassen, mit euch diese wunderbaren Eindrücke zu erleben. Und ich werde dazu ein bisschen noch was sagen, was ich jetzt damit vorhabe, wie ich generell, wie ich jetzt vorgehe mit diesen Sachen. Und ja, dann lasst uns mal beginnen. Als erstes der Deckel, ja der ist hier kaputt. Den werde ich wahrscheinlich einmal komplett abmachen und neu kleben, wenn es denn geht. Also das weiße, was ihr hier drinnen seht, das wird kein Schimmel sein. Ich denke mal, das wird Naptalin, glaube ich, heißt das, sein. Das ist ein spezielles Mittel gegen Schadinsekten. Jetzt kann ich die Lampe auch wieder rüber holen. Jetzt reflektiert das nämlich nicht mehr. Und euch mal ein bisschen dichter. Ja, also ich bin einfach unglaublich fasziniert davon, einfach wie gut erhalten teilweise die Käfer noch sind, also wirklich nur teilweise, aber auch einfach das Alter. Das ist also, wenn jetzt wirklich vor 1920 Tiere bei sind. Doch hier, der hier sehe ich gerade 25.05.21. Also das ist schon unglaublich. Ja, könnt ihr mal ein bisschen so was sehen. Und das sind halt wirklich alles irgendwelche Rüssel, Käferarten. Jetzt gut, bis auf die Libelle und die Motte. Und ich weiß jetzt nicht, was es mit den Blättern hier ja auf sich hat. Was da drin ist, das werde ich dann vielleicht auf den Zetteln identifizieren können, hoffe ich doch. Und ja, fangen wir mal an. Also meine Vorgehensweise ist jetzt eigentlich die, ich werde alle Tiere, die hier drin sind, herausnehmen und in eine extra Schachtel packen, die ich mit Styropor, wo Styropor drin liegt. Und dann geht das Ganze erstmal ins Gefrierfach, um mögliche Schadinsekten, die jetzt hier drinnen sein könnten, ich weiß ja nicht, wie das gelagert wurde und wo es gelagert wurde, abzutöten. Um mir einfach nichts selber hier in die Bude zu holen und einfach aus Sicherheitsgründen. Frost tötet eigentlich so gut wie fast alles an Schadinsekten. Ja, und wie ich diese Tiere, ich ziehe jetzt hier mal einen raus. Ja, und wie ich jetzt diese Tiere hier aufarbeiten werde, das weiß ich auch nicht. Also hier scheint irgendeine Spinnmilbe oder derartiges dran gewesen zu sein. Da muss ich jetzt mich selber erstmal wirklich ein bisschen nach erkundigen und alles erfragen, wie ich das am besten bereinige. Also ich kann da jetzt auch gar nicht groß mit dem Pinsel beigehen, weil wahrscheinlich einfach alles sofort abbrechen würde. Ich versuche gerade mit der Pinzette ganz leicht, das alles mal abzuziehen. Mal gucken, was steht hier auf dem Etikett drauf. Na gut, das wird noch auch eine Tortur, die alte Schrift hier zu entziffern. Also auf jeden Fall steht hier 1934. 30, aber kann ich nicht sagen, steht auf dem unteren Label. Ja, wahrscheinlich kann er nicht sagen, was für eine Art das war. Ich kann aber leider nicht erkennen, was hier auf dem oberen Zettel steht, also auf dem roten noch. Das wird wahrscheinlich der Fundort gewesen sein. Ja gut, so erstmal eins. Was ist denn noch interessant? Also was hier unglaublich schön aussieht, sind hier so eine blauen Brüsselkäfer. Da. Bictisius Ketriai würde ich jetzt mal sagen, 2.6.35. Das darunter kann ich wieder nicht lesen. Das sieht aus wie Nannhof oder irgendwie so. Steht da drunter noch was? Nein. Also die Original, achso generell zu den Etiketten. Also die Etiketten bleiben. Das Einzige, was ich noch machen werde, ich werde neue Etiketten schreiben mit den gleichen Daten und einfach da drunter setzen. Einfach damit ich das für mich selber lesen kann. Und weil ich das Ganze auch in meine eigene Datenbank übernehmen werde, um das halt einmal aufzunehmen. So, das ist zum Beispiel das, was ich noch mit den Etiketten machen werde. Weil man kann zwar alles großteils noch gut lesen, in dem Sinne, dass es halt noch gut zu erkennen ist, dass ich es halt nicht lesen kann, weil ich die Schrift halt nicht erkenne. Das ist jetzt die zweite Sache. So. Auf jeden Fall hat er die auch nummeriert, weil ich habe jetzt schon öfters welche gesehen mit Nummern. Hier steht zum Beispiel 200. Da sieht die Kamera. 265. Ich will gar nichts von diesem Staub einatmen hier. Das ist echt wahnsinnig. Wie toll das ist. Komm her, Staub. Ich glaube, setzen wir gleich noch eine Maske auf hier. Teutenburg. Das ist ein weibliches Exemplar. Und zwar von 1939. Also wie er das Datum geschrieben hat, ist mir noch ein bisschen fraglich. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt besser entziffern könnt. Also ich habe da eine 39,5. Dann steht da 17. Dann eine 7. Als römische Zahl aber. Ja, und dann hat er durch die 1939 durchgestochen. Also wahrscheinlich 17.07. 1930. Da drüber steht die Art. Das kriege ich jetzt aber nicht ausgesprochen. Rhynicitis würde ich jetzt mal sagen. Auratis. Das ist auf jeden Fall ein Rüsselkäfer, der ein bisschen original grünlich ist. Wenn ich jetzt hier ganz leicht rüber streife, kommt das auch zum Vorschein. Also auf jeden Fall sind hier einige Arten bei, die ich definitiv auch selber jetzt mal googeln muss. Weil mit Rüsselkäfern bin ich noch nicht so bewandt. Ja. Das jetzt erstmal zu den Käfern. Aber das waren jetzt erstmal so Mitte 30er Jahre. Jetzt gucke ich mal, ob ich mal was finde, was noch älter ist. Oder halt was, was jetzt hierbei ist, was ich zum Beispiel gar nicht verwenden kann. Oder was halt wirklich total hin ist. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe zu retten. Ja. Also man erkennt einfach nur einen Punkt, dass das Tierchen irgendwie aufgeklebt wurde. Aber mehr auch nicht. Irgendwie funktioniert der Fokus meiner Kamera heute nicht so. Der spielt nicht so mit, wie ich es mir wünsche. Deswegen bitte nicht verwundert sein, weswegen ich immer mal wieder nachjustieren muss. Von 1938 auf jeden Fall schon mal. Ja. Ja. Ah, hier unten steht auch noch was. Wölft. Wölfte so. Ja. So, jetzt würde ich mal interessieren, was das hier für einer ist. Auf jeden Fall steckt das ganz schön fest hier dran. Und der ist auch schon ordentlich zerfressen von unten. Da sieht man schön die Löcher und da am Flügel sind auch Fraßspuren. Da sieht man auch so einen Kokon, so einer Larve, die er dran gefressen hat. Das ist von 1941. Tja. Das kann ich nicht lesen. Da kann ich euch leider gerade nicht sagen, was das für einer ist. Vielleicht, also ich google das und blende es euch dann im Nachhinein ein. Dann eine Libelle. Also Libellen zu präparieren ist ja sowieso eine Kunst, weil Libellen in der Regel immer eigentlich die Farbe verlieren. Also, oh, da fällt der Kopf. Ach, das ist dann hier der Kopf, der hier noch lose dran liegt. Also, der Rest vom Kopf, sagen wir mal so. Die Facettaugen sind da auch nicht mehr vorhanden. Ähm, ja. Also, Libellen zu präparieren muss man, die muss man speziell behandeln, damit sie halt ihre Farbe behalten. Und ganz oft werden auch bei vor allem bei größeren Libellen, das kann ich jetzt hier nicht erkennen. Oder ist da was zu sehen? Nein. Also, zumindest wurde es früher so gemacht. Ob es heute immer noch so gang gebe, weiß ich nicht. Aber da wurde hier hinten der Körper dann quasi aufgeschnitten und dann ein Stück Stroh, also Schülfhalm, aber halt Stroh, also dünner quasi, reingelegt, um quasi Stabilität zu erhalten und damit das halt quasi ausgestopft ist. Weil, wenn man Watte nehmen würde, geht es halt schwer und Watte knickt auch irgendwann weg und damit das quasi so bleibt. Also, so liest man das zumindest in vielen Büchern, wenn es um die Libellen-Präparation geht. So, jetzt mal gucken. Jetzt nehmen wir mal hier so ein großes Exemplar. Ich hoffe, wir können das jetzt bekennen an meinem schwarzen Handschuh. Katara! Meine Katze kratzt hier gerade umher, das stört. Aber auf jeden Fall, gut, bis auf das hier mal, was vom Fühler ein bisschen weggebrochen ist, sind die Tiere so an sich echt sehr gut erhalten. Und das ist jetzt auch wieder von 1939 ein Lipasu, den zweiten Teil kann ich wieder nicht lesen, in Teutenburg. Also bestimmt stammen viele hiervon aus dem Teutenburger Wald, könnte ich mir vorstellen. Was ist denn noch hier? Ah, hier steht nochmal was. Eine Deutschbezeichnung, aber halt nichts weiter komplett dazu. Und zwar steht hier einfach nur Apfelstecher. Doch, da ist noch ein hier daneben und noch ein extra Etikett. Also ich denke mal, dass es damit gemeint ist. Ein Apfelstecher. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ich nicht. Werde ich aber mit dem, der daneben steckte. Und mit dem Etikett hier. Dann müsste ich dann jetzt natürlich den lateinischen Namen abgleichen. der hier steht, ob das der Apfelstecher ist. Ja. So, jetzt mal noch interessant hier diese eingewickelten Blätter. Und jetzt hier kann man auch schon mal erkennen, was der Unterschied macht zwischen einer Edelstahlnadel und zwischen einer normalen schwarzen Insektennadel. Die Insektennadel ist hier unten im unteren Bereich rostig. Also wie man es halt so kennt. Also rot und auch ein bisschen aufgequollen. Und die Edelstahlnadel hat sie zwar auch minimal hier unten ein bisschen verfärbt, wo sie drin gesteckt hat. Aber ist halt wirklich noch, ich sag mal intakt. Und weist halt absolut gar keine Veränderung auf. Und hier steht jetzt. Ich glaube, ihr seid genauso schlau wie ich jetzt. Hier auf dem steht ein bisschen mehr. 1941. Ja, auch der lateinische Namen, den ich nicht komplett entziffern kann durch diese Schreibweise. Ich weiß halt nicht, wenn das jetzt drin ist. Also ein Ü ist das nicht. Aber es ist halt ein U oder ein N und dann so ein Bogen drüber. Mal sehen, was ist denn hier noch alt, was ich euch zeigen kann, was hier wirklich alt ist. Weil meine Angaben waren, dass es von 1920 bis 1945 gesammelt wurde. Was ich nur gerade sehe, bei diesen dreien Exemplaren hier leider steht da einfach nur 570 und nichts weiter dazu. Irgendeine Sammlungsnummer. Also was ich jetzt noch gesehen habe, ist hier was von 1926. Nein, hier sogar von 1926. Ah, jetzt habe ich einen. Den habe ich sogar letztes Jahr bei uns, also optisch gesehen, sage ich mal, letztes Jahr bei uns gefunden. Ein Dickmaulrüssel oder wie sich den nennt. Sitoma Ja, 7.08.1920. Fast 100 Jahre alt. Gut, ich möchte jetzt jetzt nicht jedes einzelne Team mit euch durchgehen, das wird dann glaube ich auch einfach viel zu lang ich werde das noch mal runter schwenken um euch noch mal im detail so ein bisschen was so anteil haben zu lassen aber ansonsten ich werde euch auf dem laufenden halten es wird ein nächstes video kommen wie ich dann wo ich dann hoffentlich weiß wie ich die tiere reinige und euch das dann noch mal erzählen und ansonsten ja habe ich eigentlich noch eine sache fällt mir gerade ein habe ich fast vergessen ich voll unterschlagen jetzt habe ich noch einen älteren kasten erworben vor einiger zeit und zwar ist das hier ein sperrmüll fund da hat eine frau auf einmal in einer insektengruppe nachgefragt ob daran interesse besteht sie hat diesen kasten auf dem sperrmüll gefunden und das da konnte ich absolut nicht widerstehen das ist jetzt ein kasten der sich nur um schwebefliegen handelt und auch wunderbar datiert und koordnet also da hat sich einer richtig viel so richtig viel mühe gemacht und arbeit und den wollt ihr euch jetzt einfach in dem zusammenhang noch mal kurz zeigen denn auch hier sind viele bei gut so als sind jetzt gar nicht die sind jetzt aus den 90er jahren hier ist sogar ein paar also den habe ich schon dazu gesteckt die habe ich gesammelt aber 1993 von ein c du nis also hier steht auch der der sammler mit bei ich wollte ich euch jetzt auch einfach nur neben zusammen noch einmal zeigen einfach eine alte gebrauchte sammlung gut ich halte euch auf einen laufenden und ich wünsche euch bis dahin erstmal alles gute weiterhin bleibt gesund lasst mir daumen und abo da oder schreibt in die kommentare ob ihr auch solche alten sammlung schon mal erworben habt oder kennt der einer hat der die nicht mal haben möchte der darf sich gerne bei mir melden und vielleicht oder vielleicht wisst ihr ja auch wie man solche sachen alten sachen restauriert und wieder reinigt dann sage ich jetzt mal tschüss bis zum nächsten mal